Hi! Und auch heute mit einem Betthöpfel für dich. Konzentriere dich auf deinen Herzensmenschen, an deinen Liebsten. Was hat die Lovebox für dich bereit? Ja, Rückzug. Nein, im Moment möchte ich mit dir keinen Kontakt. Und nein, im Moment sieht es so aus, dass ich mich nicht bei dir melden werde. Und ich möchte auch nicht, dass du dich bei mir meldest. Im Moment brauche ich meine Ruhe. Und wenn ich dich bei mir melden sollte, werde ich dir nicht antworten. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle momentan nichts. Ich muss mich mit mir und meinen Problemen auseinandersetzen. Danke für dein Verständnis. Ich wünsche dir eine gute Nacht und bis ganz bald.